Lerch und Partner, ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem Immotiv. Bei den Perlen des Limmatals, nämlich in Unterengstringen, wartet nicht nur Sonnenschein auf uns, sondern auch ein Projekt. Was das genau ist, fragen wir Frau Schiesser von CSL Immobilien. Frau Schiesser, was für ein Projekt startet hier? Das Projekt Sparberg ist das. Das sind 10 Terrassenwohnungen mit 4,5 bis 5,5 Zimmern, die noch verfügbar sind. An einer wunderschönen Lage, wie wir hier sehen, mit einer Traumaussicht über das ganze Limmatal. Man sieht uns auf Zürich führen. Also es ist wirklich eine Perle, die wir uns hier befinden. Was kann man sonst noch zu der Lage sagen? Es ist sehr ländlich gelegen. Wir sind gerade an einem Waldrand, aber gleichzeitig sind wir auch sehr gut erschlossen. Super Verbindungen in die Stadt Zürich, wie auch zum Autobahnzubringer, sind die Kürze erreichbar. Dann gehen wir doch noch ins Inneren des Projekts. Weiss man schon etwas zum Innenausbau? Ja, da ist man noch sehr flexibel. Also wir haben einen relativ hohen Ausbaustandard schon mal da. Also sicher ein bisschen das Spezielle oder ein kleines Bischau ist, dass jede Einheit einen eigenen Sauna im Fitnessraum hat, den wir hier einrichten. Sonst von meinem Ausbau her ist man sehr weitestgehend noch flexibel. Also man kann es ganz auf seine Bedürfnisse anpassen. Sei es die Herzenküche, die man noch auswählen kann, den Grundrisse, den man mitbestimmen kann, die ganzen sanitären Anlagen, Bodenbeläge. Da schauen wir, dass wir am Schluss ihr Traumeigenheim ermöglichen können. Aber das Nonplusultra ist natürlich wirklich diese Traumlage. Wir haben wunderschön grosse Terrassen, die es auch zulassen, schöne Sommeröbungen mit einem wunderschönen Panorama zu geniessen. Wann ist es denn soweit für das Traumeigenheim? Hier hinter uns steht ja noch ein Haus. Genau, es steht noch ein Haus, aber nicht mehr lange. Wir fangen definitiv im Herbst an mit dem Bau. Also dementsprechend wird das Haus dann abgerissen und die zwei Baukörper, also es ist oben ein Teil und ein unterer Teil, werden dann realisiert, sodass dann auch das Ziel ist, dass im Winter, Frühling 2021 der Bezug erfolgen kann. Dann muss man nur noch wissen, worum man sich melden kann. Sie dürfen sich bei mir melden, also bei den CSL-Immobilien. Wir haben ein Modell, das wir Ihnen zeigen können. Sie können mit mir einen Besprechungstermin abmachen, wo ich Ihnen auch noch genau zeigen kann, was noch verfügbar ist. In Unterrangstringen sind 4,5 und 5,5 Zimmer Terrassenwohnungen geplant. Ja, auf dem Sparrenberg realisiert man im Herbst einen hochklassigen Wohntraum. Vier Wohnungen sind noch zu haben. Terrassenwohnungen profitieren von einer atemberaubenden Weizsicht. Naturnahgelegen bietet dieser Ort auch ein grosszügiges Neuerholungsgebiet. Und bei diesem Projekt dürfen Sie sich auch auf eine eigene Sauna oder einen Fitnessraum freuen. Den Grundriss und den Innenausbau dürfen Sie individuell gestalten. Also erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum jetzt. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.ch-immobilientraum. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung. Auf Wiedersehen. Du hast auch auf Alkmaß geburtt. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.